Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modelsmann FitschenTV. Heute zeige ich euch meinen selbstgebauten Gleichstaubsauger. Der ist aus einem alten Märklin Flachwagen entstanden. Da habe ich einfach die Seitentrennlagen entfernt und habe dann mit CD-Platten, die habe ich dann zu Hause kaputt geschnitten, mit Skalpell oder Cuttermesser ganz vorsichtig. Da muss man echt mit aufpassen, weil die auch schnell brechen. Denn alle schön geschnitten und dann in der Mitte ein PC-Ventilator 3030 eingebaut, so dass der die Ventilatorfunktion erfüllt, dass der die Sachen vom Gleisbett aufsaugen kann. Und ich wollte schon immer einen Gleichstaubsauger gerne mal haben. Und da hatte ich diesen Flachwagen noch zu Hause liegen und habe mir so gedacht, da baue ich mal einen raus. Und jetzt zeige ich euch mal die Funktionsweise und wie der auf der Anlage funktioniert. Viel Spaß und ich würde mich freuen über ein Abo und über Kommentare unterm Video. Viel Spaß. So, als erstes kommt die Funktionsweise. Wie ich eben schon gesagt habe, habe ich hier für die Seitenwände CD-Platten genommen und da sind ja stellenweise auch so kleine Öffnungen. Die haben wir einfach mit Sikral, also mit Acryl zugemacht. Dann haben wir in der Mitte mit einem Proxxon, Dremel, sowas in der Art eine Öffnung in die Mitte des Wagens geflext, sage ich mal, um dem Ventilator die Öffnung einmal passend zu haben, dass der die Sachen ansaugen kann. Im hinteren Bereich ist die Elektronik. Da ist aktuell nur zwei Leitungen, die einmal kommen. Einmal von einer stromführenden Kupplung hier vorne. Das hat auch genau die Lok, diese hier. Auch eine stromführende Kupplung, dass man die über den Decoder von der Lok an- und ausmachen kann. Das bedeutet, der Ventilator läuft nicht immer, wenn Strom auf der Anlage an ist, sondern das ist schaltbar über einen Decoder in der Lok. Das wollte ich gerne so haben, weil diese Lok soll meinen Reinigungswagen durchgehend versorgen und es wäre natürlich auch möglich gewesen, diesen Wagen einen Decoder einzubauen, damit der über den Decoder schaltbar wäre. Also kommt der Strom einmal über hier die stromführende Kupplung und unter dem Wagen einmal die Masse aus dem rechten Dreh gestellt und in der Mitte habe ich dann auch noch mit so kleinen Bürsten und mit bisschen Stoff, den Ansaugstracht von dem Ventilator gebaut, damit der die bestmögliche Versorgung hat. Hier unten kommt dann halt die Leitung einmal von der stromführenden Kupplung hinten in das kleine Gebäude rein, was hier einfach zugemacht wurde, damit man davon nichts sehen kann. Jetzt zeige ich euch einmal einen kleinen Versuchsaufbau auf der Anlage, wo ich bisher ein Streumaterial auf die Anlage mache, aber ihr habt ja vorher auch schon gesehen, dass hier vorne in den Auffangschacht genügend liegt. Als oberste Abdeckung habe ich hier auch aus CD-Platten hier was zusammengebaut und das ist einfach so eine Gartenfolie, damit nicht der ganze Staub oder die ganzen Streumaterialien oben rausfallen, weil sonst wird der Ventilator das ja alles hier hochpusten. Und jetzt zeige ich euch das mal auf der Anlage. So, der Versuchsaufbau ist fertig. Ich habe hier vorne einfach mal ein bisschen Streumaterial auf die Gleise gemacht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber damit man das gleich sehen kann. Das soll ja auch nur eine Unterstützung sein, dieser Gleichstaubsauger, als zu der normalen Reinigung mit Staubsauger und Reinigungswerkzeugen, weil dieser Wagen soll einfach im laufenden Betrieb mitfahren und halt den Staub, was er mitfahren oder mitnehmen kann, aufsammeln. Und dann regelmäßig gereinigt werden. Und jetzt zeige ich euch mal kurz, wie ich den Ventilator auf der CS3 einschalte. So, jetzt sind wir auf der CS3. Hier sehen wir jetzt die SBB Cargo. Da ist jetzt ein Ventilator-Symbol. Das kann man ja auch jederzeit einstellen. Und da über diesen Ausgang vom Dekoder ist der Ventilator geschaltet, also die Strom für eine Kupplung. Jetzt hört ihr es bestimmt schon. Und jetzt fahre ich mal langsam los. Jetzt kommen so die ersten Sachen. Eine weitere Idee ist auch noch, einen Puffer in den Gleichstaubsauger einzubauen, damit Stromschwanderung ausgeholt wird. So, das war jetzt die erste Fahrt. Wir gucken mal kurz aufs Gleis. Da liegt natürlich jetzt noch ein bisschen was drin, aber er hat schon ordentlich was eingesammelt. Das soll ja auch nur eine Unterstützung darstellen als das andere. Jetzt gucken wir uns mal gleich den Sauger kurz an. So, jetzt sehen wir einmal den Gleichstaubsauger mit dem Ergebnis. Für die kurze Strecke und für das einmalige Rüberfahren finde ich die Leistung schon sehr gut. Natürlich, umso öfters man da rüberfährt, umso besser wird die Leistung. Hier könnt ihr noch sehen, dass der Deckel noch ein bisschen verbesserungswürdig ist, weil der sich jetzt leicht verformt hat. Aber das ist ein Selbstbau. Da ist man halt immer noch ein bisschen am Verbessern bei. Damit die Leistung immer ein bisschen besser wird. Als nächstes habe ich noch vor, den hier noch ein bisschen mit LEDs auszuschmücken, dass hier vielleicht hier vorne ein paar Figuren reinkommen, die beleuchtet sind. Aber das ist alles, was jetzt in der Zukunft kommt. Wahrscheinlich werde ich mich hier unten auch noch um kümmern, dass er ein bisschen besser angesaugt wird, der Ventilator, dass er ein bisschen besser die Leistung hat. Aber das sind immer noch so Sachen, die man im Nachhinein macht. Ich wollte schon mal immer einen Gleisstaubsauger auf der Anlage haben, weil in Schattenbahnhöfen oder an Stellen, wo man nicht so gern rankommt, hilft dieser Ventilator natürlich sehr viel, weil der reinigt sehr gut ein bisschen Staub, Streumaterial, was auf der Anlage liegt. Und für einen Selbstbau, was nicht viel gekostet hat, aus CD-Platten, Ventilator und alten Wagen, ist die Leistung sehr gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr habt ein paar interessante Ideen gesammelt. Vielleicht baut ihr ja auch nochmal einen Gleisstaubsauger. Schreibt gerne mal so in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da. Euer Modelsmann, TwitchenTV